Wie kommst du darauf, dass ich schwul wäre? Du bist auch sehr im Männchen. Stopp Leute, was geht ab? Mein Name ist Martin, den herzlich willkommen beim nagelneuen Video. Was ist das hier für eine komische Sicht? Durch die momentanen Situation ist es ein bisschen schwer, draußen in der Innenstadt zu filmen. Deswegen habe ich gedacht, hey, ich packe nochmal die ganzen Sachen zusammen, die witzig waren. Und vor allen Dingen die Sachen, die ihr noch nicht gesehen habt. Also habt Spaß mit dem kleinen Zwischenvideo. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Schreibt mir in die Kommentare, wenn du dabei bist, denn ich brauche deine Stimme. Ich brauche dich. Spaß mit dem Video. Und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Erstmal übergeben. Der Weihnachtsmann hat noch 15 Geschenke. Und er verliert alle außer 8. Wie viel hat er dann noch? Wie viel Geschenke hast du gesagt? 15. 15 Geschenke und er verliert alle außer 8. Wie viel hat er dann noch? 7? Aber wenn er alle verliert außer 8. Achso, alle. Null. Also er verliert alle außer 8 Behälter noch. Wie bist du? Wir haben ja bald Weihnachten. Und Weihnachten ist ja am 24. Sagen wir, der Weihnachtsmann kommt uns besuchen. Sollte er ja, theoretisch. Nö. Das sind, sage ich mal, jetzt 1000 Kilometer entfernt. Und stell dir mal vor, mit Rudolf und den Rätieren fliegt der 1000 kmh. Wie lange braucht er dann hierher? Noch mal was? Wie kommst du denn darauf, dass ich schwul bin? Das ist auch sehr ein Manier. Wie Manier? Also wie eine Schwule. Warum denn? Wie sehen dann Schwule aus? Keine Ahnung. Der hat immer diese... Nichts gegen O-Ringer. Mein Cousin hat auch... Wenn er 1000 Kilometer fliegen muss. Nochmal. Und dann wann startet er? Keine Ahnung. Irgendwann, wenn er will. Aber er hat nur 1000 Kilometer Schrecke und fährt 1000 kmh. Also so schnell ist er. Wie lange braucht er für 1000 Kilometer dann? Ich denke davon ab, wie du startest. Wenn am 24. Dann kommen wir, dann würde ich ihm auf jeden Fall eine Woche Vorlaufzeit geben. Okay. Wie viele Menschen leben denn in Deutschland? 85 Millionen plus paar Schwarz. Ganz ehrlich, Kiezen keine Gnade. Geht einfach weiter feiern. Lockdown ist zwar bald, aber dementsprechend. Weiter saufen. Klar, keine Gnade. Erstmal übergeben. Nö. Fliegt der 1000 kmh. Wie lange braucht er dann für 1000 Kilometer? Habt ihr eine Idee? Also für 1000 Kilometer und er fliegt 1000 Kilometer die Stunde. Wie lange braucht er dann? Eine Stunde. Ja, richtig.